Herzlich willkommen zum ersten XMG Handsome mit Gast. Heute habe ich den lieben Tom bei mir. Hallo. Seines Zeichens Produktentwickler, seit über zehn Jahren in der Firma, sitzt eigentlich in Taiwan, ist heute bei uns im schönen Leipzig. Und ihr kennt ihn natürlich auch schon durch seine Forenarbeit, seine Präsenz auf Discord und natürlich auch auf Reddit. Genau. Schön, hier zu sein. Tom, heute unterhalten wir uns über das XMG Neo 16 E24, unserer Leistungssperrspitze neu gedacht. Erzähl doch mal, worauf können wir uns heute freuen? Also es ist das Neo weiterhin mit den schnellsten CPUs und GPUs unsere Leistungsspitze. Aber wir haben es in einem neuen Gehäuse, jetzt aus Aluminium auf allen Oberflächen, also Vollmetallgehäuse, eine neue Tastatur. Die Kühlung wurde nochmal verbessert, sowohl die Luftkühlung als auch die Wasserkühlung. Es ist insgesamt stimmiger, es hat ein neues helleres Display. Es ist wirklich das beste Neo, was wir je hatten. Ja, du erwähntest das Gehäuse, Vollaluminium. Ich meine, die Thin-Bezal-Ränder sieht man ja schon. Ist es jetzt auch schwer? Nicht wirklich. Wir liegen immer noch bei ungefähr zweieinhalb Kilogramm. Klar, Aluminium ist ein bisschen schwerer als Kunststoff und vor allem schwerer als Magnesium. Aber auch das vorherige Neo hatte schon recht viele Metalloberflächen. Ansonsten kommt auf der anderen Seite dazu, dass manche Komponenten innen leichter werden, Mainboards werden kompakter, Displays werden ein bisschen dünner, das spart man Gewicht. Auch die Tastatur hat nicht mehr die mechanischen Cherry-Switches, sondern ist jetzt eine Membrantastatur, aber trotzdem mit N-Key-Rollover und auch einem knackigen Tippgefühl. Von daher, es hält sich die Waage, wir liegen sehr potabel bei zweieinhalb Kilogramm. Was mir natürlich sofort ins Auge fällt und auch sehr gut gefällt, muss ich sagen, wir haben eine neue Lichtleiste. Wer es ein bisschen nüchterner mag, kann sie wahrscheinlich auch ausstellen, oder? Ja, man kann sie abstellen, aber beim Gaming würde ich sie anlassen, denn jeder weiß ja, mehr RGB ist mehr FPS. Ja, und mehr FPS ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja nicht nur das sexiste und das bestaussehendste Neo 16, das wir hier gelauncht haben, sondern natürlich auch das leistungsstärkste. Was kannst du zur CPU-GPU-Leistung und zum Kühlsystem sagen? Okay, also wir haben eine neue CPU-Generation, Intel Core i9-14900HX. Das Ganze kombiniert mit RTX 4060, 7080, 90. Alle diese GPUs und die CPU profitieren von einem verbesserten Luftkühlsystem. Das hängt einerseits an dem verbesserten Airflow, weil wir die Tastatur haben, die eben als Air Intake dienen kann. Wir haben auch mehr Kühlrippen, wir haben mehr Kupfer, wo vorher Aluminium war, neue Lüfter, also insgesamt mehr Power. Dadurch, also als ein Beispiel, wir können an der CPU jetzt neuere Power Limits auch einstellen in Software. Man kann jetzt statt 160 Watt früher auf bis zu 205 Watt rein auf der CPU gehen. Die GPU läuft auch mit bis zu 175 Watt. Wenn man beides kombiniert, kommt man auf insgesamt höheres Power Limit als beim Vorgänger. Wir würden das hier mal in einer Tabelle einblenden, sodass man mit Luftkühlung einfach wirklich durch die CPU und durch die Kühlung mehr Power hat als vorher. Und die Wasserkühlung kommt da noch oben drauf. Wo liegen wir, wo pendeln wir uns denn da ein? Also mit der Wasserkühlung ist es so, ich habe ja von, also es ist vor allem die CPU, die schwierig zu kühlen ist, weil die CPU hat einen sehr kleinen Dye. Das heißt, das ist schwer, die Hitze davon wegzunehmen. Das ist also ein gutes Beispiel, was die Wasserkühlung jetzt bringt. Ich habe ja schon gesagt, wir können jetzt bis zu 205 Watt liefern. Wenn die Wasserkühlung angeschlossen ist, können diese ungefähr 200 Watt sehr lange aufrechterhalten werden. Also es läuft nonstop auf den höchsten CPU-Power Limits, die man im Notebook-Bereich kennt. Das ist einfach jenseits allem, was wir bisher hatten. Um vielleicht nochmal auf unsere XMG Oasis Wasserkühlung zurückzukommen. Sie steht ja auch hinter uns. Anschluss dritter Generation. Waterpipes wurden neu eingebunden bzw. neu implementiert. Was kannst du denn zur Wasserkühlung sagen? Genau, also es bleibt bei der XMG Oasis Mark II, aber die Anschlüsse am Notebook sind nochmal verbessert worden, sind noch mechanischer und auch trotzdem noch magnetisch. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Waterpipe im Inneren des Laptops. Bei den bisherigen XMG Neos seit 2022 war die wasserführende Heatpipe auf die normale Luftkühlheatpipe draufgelötet. Also man hat die auch gesehen, wenn man aufgeschraubt hat, hier ist noch eine extra Pipe. Jetzt bei XMG Neo 16 E24 ist der Wasserkreislauf in den Kühlkörper direkt integriert. Das heißt, wenn man das im Röntgenbild betrachtet, sieht man, dass unter den Luftkühlungsheatpipes ein Wasserkanal durch den Kupferblock geht, der direkt mit CPU und GPU verbunden ist. Dadurch hat man mehr Aufnahmefläche. Das heißt, das Wasser hat eine große Aufnahmefläche oder Kontaktfläche zum Kupferkühlkörper und kann dadurch mehr Hitze vom System nach draußen befördern in die Oasis, wo es dann relativ geräuscharm emittiert wird. Und sie ist ja mit der RTX 4080 und 4090 verfügbar. Gibt es ansonsten noch andere Merkmale oder Performance-Unterschiede zur letzten Generation? Dadurch, dass der Wasserkreislauf bei dieser Generation auch die CPU direkt mit abdeckt, können wir diese Power Limits erreichen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und weil der Kreislauf insgesamt mehr Fläche abdeckt, kommt insgesamt mehr Hitze aus dem System raus. Das heißt, wir haben sowohl, egal ob das GPU-lastig oder CPU-lastige Performance ist, wir haben insgesamt geringere Temperaturen, höhere Taktraten, deutlich geringere Lautstärke. Ja, und neben der Leistung und des Kühlsystems haben wir noch ein paar externe, sage ich mal, Verbesserungen. Du hast vorhin 500 Candela bei dem Display besprochen. Das war es ja aber noch nicht. Was für Features hat das Display denn noch mit sich? Also es ist ein WQHD-Display mit 240 Hertz, mit G-Sync-Kompatibilität, mit NVIDIA Advanced Optimus. Das hatten wir auch schon beim Vorgänger, aber eben jetzt mit 500 Nits. Das Display ist insgesamt etwas schmaler. Man hat vor allem unten nicht mehr diesen recht dicken Bildschirmrand. Aber auch das Scharnier-Design erlaubt jetzt eine Öffnung um 180 Grad. Ich hätte Angst, das kaputt zu machen. Nein, das kann man ganz nach hinten biegen. Es geht nicht wirklich darum, dass es bis nach hinten geht. Aber es geht darum, dass man nicht irgendwo so ein Limit hat, wo man gerade dagegen pushen will und dann geht es nicht weiter. Manchmal braucht man halt ein bisschen mehr, je nachdem wie man den Laptop nutzt. Vielleicht nicht immer auf dem Tisch, sondern in einer Schräglage. Und deswegen ist es echt gut, die Flexibilität zu haben. Und das gilt für das Neo 16 ab dieser Generation. Sehr cool. XMG ist ja auch für die Tuningsoptionen bekannt. Bringt das Control-Setter weiterhin die Einstellungsmöglichkeiten mit sich? Ja, wir haben nach wie vor dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Power-Limits, Temperatur-Limits, Manuelle Lüfter-Kurven. Man kann sich ein eigenes Profil bauen. Man kann das Overboost-Profil noch weiter ausreizen, indem man zum Beispiel die Grafikkarte leicht übertaktet. Mit Wasserkühlung kann man sie sogar noch etwas mehr übertakten. Es gibt Toggles, womit man im Control-Center freischaltet, dass im BIOS weitere Menüs zu sehen sind. Es gibt auf BIOS-Ebene Menüs zum Anpassen der Arbeitsspeichertaktrate und Latenz. Es gibt eine CPU-Undervolting-Einstellung, wo man CPU-Kerne und Cache separat voneinander undervolten kann. Somit weiterhin die gleichen Tuning-Optionen, auch mit einem Fallback-Modus, sodass man auch, wenn man etwas zu weit tunet, sich keine Sorgen machen muss. Das Gerät kann wieder booten, kann recoveren. Von daher, es ist wirklich komplett abgerundet, sodass sowohl für Enthusiasten, was dabei ist, als auch der Einstieg ins Tuning für Leute leichter gemacht wird, die das vielleicht zum ersten Mal betreiben. Neben Tuning-Möglichkeiten ist XMG natürlich auch für Portabilität und Anschlussvielfalt bekannt. Wie sieht es denn an der Front beim XMG Neo 16 E24 aus? Das Layout ist der Neo-Serie treu geblieben. Wir haben nach wie vor drei USB-A-Steckplätze zum Beispiel. Zwei davon auf der rechten Seite, einer links. Rechts haben wir auch einen Full-Size-Card-Reader-Slot. Links ist der Kopfhörerausgang und jetzt neu ein zweiter USB-C-Steckplatz auf der linken Seite. Und hinten sind dann die besonders dicken Anschlüsse. Wir haben den 2,5 Gigabit Ethernet-Port, wir haben HDMI 2.1 und, ganz wichtig, Thunderbolt 4 jetzt mit USB-C Power Delivery. Das heißt, du kannst mit einem 100 Watt USB-C Netzteil deinen 99 Watt Stunden Akku unterwegs laden, sodass du auch, wenn du deinen originalen Netzteil nicht mitbringst, trotzdem den ganzen Tag durcharbeiten kannst. Was einem auch gleich ins Auge fällt, wenn man den Laptop wieder aufklappt, die Webcam wurde überarbeitet. Richtig, wir haben jetzt eine Dual-Sensor-Webcam, wir haben die normale Full-HD-Webcam auf der rechten Seite und links eine Infrarot-Linse für Windows Hello Login. Die Webcam lässt sich mit dem Privacy-Switch zuklappen oder zuschieben, sodass man definitiv die Webcam aushat, wenn man sie nicht anhaben möchte. Und hier noch im Sample rot, aber in der Serie schwarz. Ja, und haben wir denn noch andere Features, die wir noch nicht erwähnt haben? Ich glaube, wir haben es schon ganz gut abgedeckt. Ich würde nochmal auf die Aufrüstbarkeit hinweisen. Wartungsfreundlichkeit, das ist für uns sehr wichtig. Das heißt, wenn man die Bodenabdeckung aufschraubt, das ist kein Garantieverlust. Also wir erlauben es den Kunden, RAM aufzurüsten, SSDs zu tauschen. Das heißt, auch Wartungsvorgänge wie vielleicht nach zwei, drei Jahren mal den Lüfter zu reinigen mit Druckluftspray. Das ist alles okay. Wir haben dazu Anleitungen im Netz. Ihr könnt uns anschreiben, anrufen, Discord, Reddit, wo ihr seid. Das gehört für uns zum XMG-Versprechen, damit man an seinem XMG-Neo wirklich lange Freude hat. Hätte ich nicht besser sagen können. Tom, ich danke dir viermal zu den Insights. Schön, dass du da warst. Für euch natürlich, schreibt uns eure Fragen in die Kommentare. Tom wird sie unter anderem selbst beantworten. Lasst uns gerne wissen, ob euch das Format gefallen hat. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!